hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel final fantasy 15 a new emperium ich werde es mal starten voll betreiben saugt es an wie ihr seht heruntergeladen habe ich schon mein alter account ist auch vorhanden hurra dann werden wir mal schnell hier ein paar sachen durchziehen verbessern eine forschung abschließen ich eine finde so kann ich frei habe ich noch keine forschung frei doch hier schon fertig ok dann gehen wir hier rüber das geht nicht das geht auch nicht das geht auch nicht sagte ich arbeite schon forschungsliste voll 18 minuten und 11 sekunden na ok gut also ich bin schon am forschung dann mal ein paar sachen ausbilden hier dafür noch ein paar und ein paar fallen so das haben wir jetzt alles am laufen schauen wir mal bei den questen was wir noch fertig haben einsammeln einsammeln gut dann schicken wir den auf die nächste tour zwei minuten und hier die nächste tour drei minuten wir haben auch bei den nachrichten hin luna hat mir eine nachricht geschrieben gut 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 was kann ich jetzt noch machen sachen sammeln ja gratis ein gratis dreh wo waren die tages dailies mehr nachrichtend gilde gildenkrieg unterstützen jawohl soo ich benötige die botschaft ich benötige die botschaft die habe ich noch nicht da ist geld ein zahlen zwei stunden was ist das ok 100 mitglieder naja und wieder etwas fertig zwei minuten sind rum dann über die drei minuten jetzt also ich denke mal das wird ein ganz kurzes video heute ich weiß nicht was ich hier noch machen kann ich bin anscheinend noch zu klein für die tagesqueste ich bin anscheinend ich bin anscheinend okay manchmal ich bin anscheinend was ist da ein buch universität muss warten kann nicht verbessern oder gratis baufertig 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 das ist schön wenn es mal schön so weitergeht ich glaube ich muss eine minute warten das bräuchten grad den turm meine festplatte schon wieder voll ich denke ich muss bald wieder die spiele alle löschen und dann geht es wahrscheinlich vom vor los mit den beliebten spielen sage ich jetzt mal die mir hier immer angeboten werden aber wie ihr ja schon gemerkt habt ja genau aber wie ihr das schon gesehen habt ist ja öfter so immer wenn ich festplatte gelöscht habe kommen immer wieder die gleichen spiele an anfang so der dauert jetzt zehn minuten wenn der fertig ist müsste die zehn minuten auch vorbei sein aber was mache ich jetzt so lange das war die welt draußen anschauen auch hier schnee angreifen kommen greifen mal an egal schauen was passiert wie lange marschiere ich denn jetzt hier eine minute ist das ein spiel da nee das ist doch wie heißen wer tobi tom tom berri genau Oh, der wird 37 hier. Da ist er. Thunberry. Und, und was hat er jetzt hier gemacht? Was habe ich bekommen? Eine Nachricht? Nein. Ah. Wofür war das Ganze? Damals hat Thia das auch schon mal gespielt gehabt, über den anderen Account und da war ich schon auf Level 16 gewesen. Also vielleicht nicht ganz gut, aber besser wie jetzt. Das habe ich erst mal gemacht, hier, was dann weiterentwickelt, beschleunigen, zack, aber ich hatte da auch viel mehr Sachen zum beschleunigen, weil ich kriege hier um viel nichts. Ich brauche eine Botschaft. Davor kann ich nicht unterstützen. Bericht, was war da gewesen? Nichts? Warum bin ich da hin? Na, egal. Ja, ich denke mal, jetzt ist auch, sind meine 10 Minuten schon vorbei. Ich warte jetzt mal kurz die Quest hier ab. Ein paar Sekunden. Und kann ich noch mal was anderes bauen. Die Botschaft. Okay. Vielleicht kann ich hier jetzt unterstützen, obwohl meine große Armee wird da nicht viel helfen. Ich kann mal kurz gucken. Gild-Nachricht. Krieg. Unterstützer. Die Quest ist auch fertig. Darf ich mal sagen, das war es schon für heute. Eine ganz schnelle Runde. Final Fantasy ist auch schon ein bisschen spät geworden. Ich habe gerade Besuch zu Hause, trotz Corona, deswegen. Ja, das war es. Dann sage ich mal, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin habe ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.